Herzlich willkommen auf dem Weltacker. Vor zwei Wochen haben wir euch ein Video gezeigt, da war die Hirse so groß. In den letzten zwei Wochen hat die sich fast verdoppelt in der Höhe mit dem schönen Wetter. Und vor allem, ganz wichtig für uns, hat hier Körner angesetzt. Hirse nennt man in Deutschland ganz viele verschiedene Pflanzen, die zu mehreren verschiedenen Gattungen gehören. Das Wichtige scheint zu sein, Hirse nennen wir Getreide, die so kleine, kleine Samen haben. Hirse, kleine Samen. Am besten, ihr kommt mal vorbei und guckt euch das mal selber an, wie die Hirse aussieht.